Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel-Rollenspiel- und Zwergenfreude zu Spellforce, die Order of Dawn. Ja, wir kriegen hier jetzt gleich freundlichen Besuch von Brea-Wolf-Soldaten, die sich unbedingt noch mit uns anlegen wollen, während wir hier drauf warten, dass unsere Arbeiter kommen, damit wir mit denen die Verteidigungstürme hochziehen können. Ein paar. Ja, selbst die paar Brea-Wölfe haben eigentlich keine Chance gegen uns. Wir sind in Gefahr! Sprecht, es ist mir eine Ehre! Hauptsache, wir sind hier erstmal los. Wir müssen nämlich auch erstmal in die Richtung weiter um... Ja. Da unten gibt es halt ein Lager, dass wir erstmal auseinandernehmen sollten, dass wir das nicht im Rücken haben. Und gucken können, was es da noch für nette Sachen gibt. Ja, für uns gibt es leider keine neue Ausrüstung. Das Bauwerk ist vollendet. Wie ihr wünscht. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht. So sei es. Also eine kleine... Auf mein Kommando! Verteidigung sollte reichen. Wohin soll ich gehen? Und da kommen wir ja schon wieder, Brea-Wölfe, den Berg runter. Und da kommen wir ja schon wieder, Brea-Wölfe, den Berg runter. So, der ist in Reichweite. Der auch. Es ist mir eine Ehre. Kommt da schon die Nächsten? Nein, im Augenblick haben wir etwas Ruhe. Ja, der Brea-Wölfe, der könnte... ...der kleine Knackpunkt sein. Auf der Stelle. Okay, mal sehen, ob sie in meine Türme rennen wollen. Oder ob sie lieber hier rumkommen. Okay, sie kommen lieber hier rum. Sie kreisen uns ein. Runenkrieger, zu mir! Feinde! Vorsicht, Gegner! Zu den Bögen! Wohin soll ich gehen? Runenkrieger, zu mir! So, der letzte. Der da ist nämlich ziemlich angeschlagen. Na komm, schalten wir den auch noch raus. Aber da oben kommen schon wieder welche. Sogar jetzt schon mit Klerikern und allem. Was ist euer Begehr? So, ihr geht jetzt da runter. Ja, das soll der Gegner nur so lange aufhalten. Sogar jetzt noch den Cperten. Also, wie heißt es? Geh! Jo, hat er decibiert, werde ich es jetzt schon mal. Und ja, hier unten sind jede Menge Briarwölfe oder Briarwölfe, wie man sie auch immer rennen möchte. Das Bauwerk ist vollendet. Die Linien müssen halten. Die Diener der Nacht sind hier. Das ist ein Hinterhalt. Die Diener der Nacht sind hier. Da sterben unsere Heiler. Wir werden angegriffen. Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr. Stand halten, Männer! Feinde! Zu den Bögen! Runenkrieger! Zu mir! Es sind zu viele! Okay, holen wir uns lieber noch mehr Wind schützen. Feinde! Zu den Bögen! Es sind zu viele! Sie kreisen uns ein! Ich höre! Sie kreisen uns ein! Aber von da oben kommt relativ viel mittlerweile runter. Wir sind in Gefahr! Nein! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wir sind in Gefahr! Wir haben von da oben auch noch 8,9EC! Herr! Hört euch Schwestern! Oh, hier wär' Nahrung? Oh, shit. Gut. Unsere Stadt wird angegriffen. Unsere Stadt wird angegriffen. Was ihr wollt. Hier könnt ihr ein mittleres Haupthaus errichten. Was ist denn? Kleines? Mittleres? Haupthaus? So. Oh, die ist angeschlagen. Dann heilen wir sie mal. Mein Bogen für die Rune. Oh, der Tom hat wirklich gut was abbekommen. Oh. 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 Dann sammeln wir uns mal. Hier wäre noch Lenya übrigens. Wenn das Lenya hier unten... Oh. 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 Was ist euer Begehr? Wobei zwei von euch sollten den Turm hier reparieren. Während wir mal hier weiter ein bisschen vormarschieren. Ah, die kommen alle aus der Richtung. Okay, Kleriker, die sich selber heilen. Nervig. Was ihr wollt. Das ist nicht weit. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Oh je, da kommt schon die nächste Armee runter. Oh. Oh je, da kommt schon die nächste Armee runter. Oh je, da kommt schon die nächste Armee runter. Oh je, da kommt schon die nächste Armee runter.